Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa! Moin! Wir spielen den Zombie-Modus von Black Ops 3 Call of Duty. Und wir sind nicht allein, wir haben einen together und zwar haben wir den Uppercut von hinten hier. Sag mal was, hallo! Hallo Freunde! Ja jetzt, wir spielen das sozusagen echt zum allerersten Mal und der gute Uppercut ist der Vollprofi. Der Profi-Guide. Ja genau, normal bist du ja Prestige 4 und arbeitest an 5 und so und wir sind irgendwie die Noobs, die auf Platz 124.000 stehen oder so. Ja gut, aber dazu muss man auch sagen, dass ihr noch nicht so krass viel Call of Duty gespielt habt, oder? Also jetzt nur außer der Kampagne jetzt meine ich. Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber wir sind halt scheiße! Also, unser Gameplay hat immer so einen gewissen Noob-Faktor, egal wie lange wir ein Spiel spielen. Und das macht ja auch so den Reiz aus, oder? Also, ja gut. Wir starten einfach mal und gucken, was passiert. Ich halte 12 Sekunden aus. 12 Sekunden? Das zähle ich mit. 12 Sekunden? Wir haben jetzt schon 10 beim Start. Lachen! Ich wollte gerade sagen, du hältst also fast genauso aus, wie lange das Spiel dauert, um zu starten. Ich komm ins Spiel mit tot. Toll. Kann man sich eigentlich die Charaktere aussuchen, die man da spielt? Es gibt ja diese vier... Ne, du kommst eigentlich immer ins Spiel und bist irgendwie zufällig. Irgendwer. Also, ich hätte gerne Titten. Entweder die Frau oder der Typ da oben, oder? Also, wir haben ja nicht im Spiel. Titten hättest du gerne? Ich hätte gerne Brüste. Also, nicht Männchen. Kann ich auch eine davon haben, oder willst du beide? Lass mich mal kurz überlegen. Der Brustzyklop, sozusagen. Ja, okay. Ganz genau. Die Amazone heißt das dann. Ich geh dann schon mal vorne die Tür aufkaufen. Okay, ich brauch mir erstmal eine Waffe hier. Also, die erste Tür. Was ich gehört hatte, falls die Leute das noch nicht wissen, dass da oben steht ja der Meister dieses Levels. Wenn man auf den Ballert, was wir jetzt nicht tun sollten, überspringt man jeweils fünf Wellen. Ist das so? Wollte man auf was ballert? Auf das Ding da oben meinst du? Auf den Typen, der da oben stand, jetzt nicht mehr, auf der Leiter, wenn man da von vornherein drauf ballert, dann kann man bis zu Welle 15 oder 20 oder so überspringen. Das ist ein Geruch. Achso, davon weiß ich gar nichts. Echt? Doch, 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 das ist so. Also, das können wir tatsächlich auch mal im nächsten Video oder so zeigen, wenn wir hier schnell drauf gehen. Das ist tatsächlich so. Du hast dann ohne Ende Punkte. Du kannst viele Türen aufkaufen und Waffen. Okay. Und bist tatsächlich... Hast du dir das mal in einem Video oder so angeguckt? Weil ich habe echt davon noch nie ausgehört. Ja, cool. Dann machen wir das nachher mal, weil das ist definitiv so. Krass, okay. Das ist ja voll die Lunzer, wenn es nicht so funktioniert. Das funktioniert. Das habe ich schon in Videos gesehen, nicht in unseren, weil wir es noch nicht gespielt haben. Aber ansonsten... Du hast schon hier alles aufgemacht oder wer war das? Ja, natürlich. Ja, ja, das erste Mal Beast habe ich alles schon aufgekauft. Okay. Und was macht der Schlüssel der Beschwörung? Ach, die Sachen müssen wir sammeln. Ah, jetzt. Ja, okay. Ja, genau. Und hier ist zum Beispiel jetzt noch ein Item, was ich eben da runterfallen lassen habe. Das muss jetzt einer von euch aufheben. Was? Du hast ein Item runterfallen lassen? Wo? Was? Wo bist du? Ach, da. Hier. Ja, genau das. Aha. Ich musste so einen Kran betätigen und das dann aus seiner Kiste rausfallen. Ah, wer ist das? Was will die von mir? Die wollte nur Hallo sagen. Ach, das ist ja nett von hier. Okay. Okay, gut. Das Item, was du gerade aufgehoben hast, ist jetzt theoretisch das erste Item für das allererste Ritual. Das heißt, wir können jetzt eigentlich da hochgehen und das erste Ritual eigentlich Wenn ich kein Ritual machen will? Das musst du. Dann gehen wir jetzt offline und nehmen nie wieder Videos auf. Oh, Mann. Verdammt. Ja, dann folge ich dir. Wo müssen wir hin? Ich renne dir jetzt einfach hinterher. Alles klar, hier lang. Hier, ich bin der springende. Ja, ja, ich seh dich. Der springende, du. Ich seh dich genau. Ja, und? Okay, gut. Jetzt müssen wir hier lang, erstmal. Okay, wir rennen. Für das Ritual müssen wir eigentlich gar nicht so viel machen. Wir müssen gleich die Items auf so einem Altar platzieren oder auf so einem Tisch oder was das sein soll. Okay, okay. Und dann erscheinen viele von diesen roten Geistern, die gerade unten auch waren. Die geht. Und wir müssen einfach überleben. Wir können die entweder abknallen oder dauerhaft vor denen abhauen und dann ist das Ritual dann nach, weiß ich nicht, 20, 30 Sekunden oder sowas einfach vorbei. Hey je. Ich erzähl euch kurz. Am besten legen wir... Hat jemand von euch das Item? Ja, ja, ich. Das hier hinten liegen muss? Ja, ja. Alles klar. Am besten legst du das hier auf den Tisch mit Viereck? Ja, ja. Jetzt schon? Oder darf ich mir erst den Raum angucken, wo ich mich am besten hinstelle, falls die Monster gar nicht kommen? Ach so, ja, klar. Ne, ich wollte gerade sagen, am besten nicht stehen bleiben, sondern immer hier im Kreis laufen. Also, weil die werden dich verfolgen, die werden immer irgendwo spawnen. Auch das noch. Und werden die... Die sind nicht schnell oder so. Du musst einfach die ganze Zeit nur hier im Kreis rein oder los. Im Kreis rein oder los. Im Kreis rein oder los. Im Kreis rein. Sehr geil. Und nochmal Ritualbeginn. 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 Kann ich nicht drauf schießen oder nicht? Ja, du musst drauf schießen, wenn du nicht schreibst. Ja, ja, klar. Du kannst drauf schießen, aber du darfst dich nicht zu sehr auf einen konzentrieren, weil wenn dann plötzlich drei andere hinter dir erscheinen, ist man ganz schnell weg vom Fenster. Und... Sehr geil. Es ist weiß. Siehste, ganz schön, ganz easy. Einfach schon vorbei. Guckst du. Fertig. Total easy. Und jetzt erscheint hier das Item, was hier... Oh, ein Schleimbolzen. Und jetzt können wir theoretisch weiter in den nächsten Bereich, um das nächste Ritual dann zu starten. Das war ja einfach. Munition und so? Ja, pass auf, das war erst das allererste Ritual. Wenn du dir Videos anguckst von Leuten, die bis Runden 90 kommen, dann denkst du nicht mehr, dass es einfach ist. Runden 90. Ist klar. Runden 90, natürlich. Was ist denn das hier immer bei den Eingängen? Hier liegt was gelbes, leuchtendes, bei dem anderen lag was grünes. Achso, das habe ich mich auch ganz am Anfang immer gewundert, aber das ist irgendwie nichts, was man aufheben kann oder gebrauchen kann oder sowas. Mhm. Okay. Ist komisch. So, und es gibt ja in den Wänden irgendwelche coolen Waffen, oder? Ja, aber das... Ich würde das Geld noch nicht dafür ausgeben, weil wir das teilweise für die Türen zum Beispiel hier brauchen. Okay. Hier zum Beispiel. Es ist mir, kannst du die mal aufkaufen. Also, weil du hast jetzt am meisten Geld. Ah, okay. Oder du. Die meiste Kula ist hier jetzt machen müssen. Ja, ja, machen wir gleich mal. Jetzt muss einer von euch das Biest nehmen. Also, ich würde es auch machen, aber müssen wir uns halt abwechseln. Und dann musst du bestimmte Sachen aufmachen. Ja. Wie zum Beispiel die Kiste hier aufschlagen. Welche Kiste? Wo bist du? Da hinten. Die hier. Genau. Die Kiste aufhauen. Und dann kommst du hier zurück und guckst an die Treppe. Ja. Und oben links siehst du dann direkt vor der Treppe wieder so einen Stromkasten. Der leuchtet. Okay. Den siehst du sofort. Und den musst du mit dem Strom-Machknopf dann aufmachen sozusagen. Oder anmachen halt. Okay. Ihr seht schon hier, das ist ja richtig komplex. Die Kiste hast du schon aufgemacht? Ja. Ist nicht so wie die alten Zombie-Mode. Jetzt musst du die Treppe hochrennen. Wenn das von der Zeit reicht, ich weiß nicht. Und jetzt musst du hier über diese Rampe rüberspringen. Auf den Bereich da oben. Wenn du das siehst. Genau. Jetzt nach links und die Kiste runterhauen. Perfekt. Gut. Sehr gut. Wow. Wuhuuu. Hilfe. So und jetzt haben wir das Item. Das muss man erstmal eigentlich rausfinden, was man da tun muss. Richtig? Ja, ja. Ganz genau. Wo seid ihr? Das ist also, als ich dann mit meinen Freunden damals angefangen hatte. Oder was jetzt damals? Vor kurzer Zeit Zombie zu spielen. Da haben wir auch teilweise so lange gebraucht, bis wir überhaupt irgendwas rausgefunden haben. Was ist das denn? Eine Käppenfalle? Ein pochendes Herz hängt da dran. Wo seid ihr? Ach so. Das kannst du aktivieren, wenn du jetzt in einer höheren Runde bist. Das kostet 1000. Ja, ja. Brauchst du jetzt nicht. Das kannst du aktivieren, wenn du von voll vielen Zombies verfolgt wirst zum Beispiel. Machst du das an. Und die rennen dir dann halt logischerweise hinterher und durch dieses Ding durch und sterben dann durch diese Falle durch. Okay. Wie kriege ich Moon nach? Weil ich hab irgendwie 100 Schuss jetzt noch. Warte kurz, ich muss kurz, eine Sekunde. Wir müssen jetzt eigentlich durch diese Tür hier. Wo bist du? Du bist schon wieder weg. Zum nächsten Ritual zu kommen. Wo ist denn? Wo ist denn? Ihr könnt mich auch durch die Wände sehen. Ach so. Also diese grün leuchtende Silhouette. Ich hab die meiste Kohle hier hinterher. Ach so, hier ist jetzt nochmal ein Biest. Ich mach das mal kurz, weil wir müssen dann da in dieses Kino hier und das nächste Ritual machen. Ne, die Frage mit... Also mir fehlt immer noch die Munition, aber mach mal weiter. Oh. Oh shit. Ganz vergessen. Wie viel Geld hast du gerade? Geld? 90 hätte er. 190. Ja, siehst du unten links. Ich hab nix. 100... Ne, ich bin... Ich hab der... Ich bin 190. Du bist... Dann hab ich 740. Whatever. Oh, die brauchen aber jetzt auch schon ein bisschen was. Ach so, ja, dann... Wir müssen... Oh shit. Ja, cool. Am besten nicht sterben. Der hat haupt nicht gehauen hier. Was war das? Noch schnell die Viecher, ey. Kacke, ey. Kann man nur einmal Monster sein oder jeder nur einmal Monster in einer Runde? Äh, jeder... In jeder... Ne, ne, ja genau. In jeder Runde darf jeder einmal, äh, Biest sein. Monster sein. Okay. Verliegen wir ja. Warum? Ja. Pieks. Dankeschön. Gleich keiner Mut mehr, aber ist egal. Äh, ja, ich würde gerne mit dir nach vorne rennen, damit du... Moment. Jetzt können wir hier lang, komm einfach mal mit und dann... Zeig ich dir, wo du dir Moni kaufen kannst. Oder eine Waffe halt am besten einfach. Okay. Ah, da waren... Viele Gegner. Ja, wie sind wir hier? Hier an der Wand ist eine coole Waffe, die kannst du dir eigentlich holen. Ist doch nicht zu teuer. Okay. Hast du? Ja. Habe ich. Okay. Okay, cool. Oh, Salvenmodus. Spürts. Okay. Okay. Am besten lassen wir jetzt einen Zombie am Leben, damit wir nicht, äh, wieder direkt in die nächste Runde kommen, damit wir mehr Platz haben für das Ritual dann im Kino. Okay. Ja, so wie es aussieht, sind eh nur noch zwei oder so unterwegs. Ja. Also den können wir noch titten und dann... Was meinst du? Counter der Zombies gibt es wahrscheinlich nicht. Achso, ne, leider nicht. Wir müssen halt immer aufpassen. Je nachdem, wenn wir merken, dass es weniger werden, einfach keine mehr umreden. Ah, ein Monster. Hui. Hut ab. Da bist du aber hochgespritzt, du. Uiuiuiui. Hast du da hochgespritzt gesagt? Hochgespritzt. Hochgespritzt. Ich wollte gerade sagen, hochgespritzt. Sieht anders aus. Ne, das sah genau so aus. Einfach nur so ein... Wo bin ich hier? So, jetzt wird es ein bisschen eklig, weil wir uns jetzt so gelbe Dinger verfolgen. Jo. Also am besten nie auf derselben Stelle stehen bleiben, sondern einfach immer draufballern, rumlaufen und so weiter. Ah. Juhu. Witzel. Ich muss mir mal demnächst auch eine Waffe kaufen, weil ich habe gerade irgendwie gar nichts merklich. Und keine Muni mehr. Und man kann immer nur eine Waffe haben, ne? Ne, man kann zwei haben. Du kannst dann auch später ein extra kaufen, mit der du dann, wenn du das extra holst, kannst du dann drei Waffen haben. Aber wird halt dann noch komplizierter von Waffe 1 zu Waffe 3 zu wechseln, wenn die Situation scheiße ist. Ja, das ist praktisch. So, jetzt können wir eigentlich hier rein und Runde... Oh shit, jetzt sind wir schon in der Runde 6. Okay. Aber wir versuchen einfach mal trotzdem das Ritual zu machen. Und wieder rumrennen, ne? Ja, genau. Einfach im Kreis. Geht los. Richtig. Wow, die können schon ganz ordentlich was ab. Plus Zombies. Ja, weil wir halt jetzt schon in der Runde 6 sind. Es wäre halt am klügsten oder am besten ist es, wenn man das, äh, keine Ahnung, wenn man am besten nicht zu viele Zombies tötet und direkt die Rituale macht. Aber das Problem da ist, dass du dann, also man muss halt immer abwägen, was man jetzt als nächstes macht. Tötete ich lieber mehr Zombies, um mehr Geld zu haben oder bla bla bla. Oh, Glück gehabt. Ich liege am Boden. Okay, geil. Du liegst was? Moment, ich hole dich ganz schnell. Er liegt am Hoden. Am Boden, genau. Ich liege am Hoden. Schon wieder so ein gelber Schleimbolzen hier. Ich liege am Hoden. Äh. Oh shit, nein, 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 nein. Da kommt ein großer Mops. Ach se... Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt auch noch der Riese. Ich liege, ich liege, ich liege. Das wird ein bisschen fliege. Nein, nein, nein. Ich metze dich die ganze Zeit hier rum. Scheiße, der liebst doch nicht. Immerhin, Runde 6. Hey. Ich bin gerade rausgerannt. Ich wollte dich... Ich wollte dich gerade heilen und dann kam mir der Riese und diese 800 Zombies entgegen. Gefühlt 800. Also der Riese kommt irgendwie immer zu Zeiten, die man nicht gebrauchen kann, richtig? Dann, wenn man es nicht braucht. Ja, genau, genau. Und auch noch, wenn die nächste Runde startet, wenn eh wieder 50 Zombies aus den Wänden rausspringen und das ist halt immer so... Aber ganz ehrlich, wie findet man das denn alleine raus? Also, was man da machen muss? Frag mich nicht. Ich habe... Ich und Freunde haben immer mal wieder YouTube-Videos geguckt, wo alles erklärt wird und Tutorials und blabber. Also das ist wirklich richtig kompliziert, so. Ja. Wahnsinn. Weil teilweise, wenn man neu anfängt, tötet man einfach nur die Zombies, aber du kommst damit halt nicht weit, weil du müsstest die Rituale machen, um dann deine Waffen zu verbessern und so weiter. Ach, Herr Jemini. Also, Zombies killen war eigentlich vollkommen unnötig. Gut, dann ist das jetzt schon das erste Video und dann machen wir gleich mal als nächstes, glaube ich, einfach mal dieses, wir überspringen mal ein paar Runden, zeigen das mal, weil das ist wirklich ziemlich simpel. Das ist auch kurz das Video. Ach so, stimmt, alles klar. Ja, das wäre ein cooler Tipp, weil das habe ich echt noch nie von gehört. Gut, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das erste Mal für uns zumindest Zombie-Modus von Call of Duty Black Ops 3. Ja. Und wir sind dankbar, dass wir den Uppacken vor hinten dabei hatten, weil wir hätten sonst nicht mal die erste Tür aufgestellt. Ach, habe ich doch gerne gemacht. Auch wenn ich zwar auch direkt gestorben bin nach euch, hat zwar nicht viel gebracht, dass ich dabei war, aber was soll's. Ey, super. Wir hätten ja nicht mehr gewusst, wo wir hinrennen müssen, aber... Ja, wir werden über Level 1 rüberkommen, so. Wo, welche Tür und überhaupt. Na gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.